Hallöchen, Popöchen und Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Let's Play auf bei Forrest, Los, Forrestos, Tomestos, Terron. Ja, so, Entschuldigung, wenn ich jetzt laute, ich hab mich von immer noch nicht richtig einstehen können. Oder vielleicht, ich weiß ja gar nicht, wie ich reden soll. Ähm, so, so vielleicht, ja, weil der Monitor ist so groß. Ähm, ja, genau, wir wollten ja hier weiterbauen. Wie gesagt, ich lade gerade permanent hoch und, weil auch, weil, damit die Folgen halt sofort online sind oder zum Vorproduzieren. Deswegen mache ich auch so kleine Ründchen jetzt halt so, ich hab, ich weiß nicht, wie lange ich zum Hochladen brauche. Das seh ich ja gleich, wenn ihr den Pech habt, könnt ihr das halt sehen bei NVIDIA. Deswegen Live-Produktion. Also, ja, ich geh jetzt mal ein bisschen mehr auf das Thematik mit Qualität ein. Mir ist immer wichtig, also, ich betone wichtig, dass die Audio-Qualität gut ist und die Video-Qualität. Und ich habe lange überdacht, hm, 1080p weiter oder vielleicht 4K? Also, Forrest explizit, ne? Und ich bin da dann zum Schluss gekommen, ja, weiß gar nicht, kannst du dir einen neuen Monitor kaufen? Ja, ich kann's auch in 4K rendern, aber es dauert so lange. Ich dachte schon. So. Ähm. Und, ja, dachte ich, mach ich doch lieber das, was mir Spaß macht, ne, Ilse? Und mach dann lieber, mach dann erstmal Forrest Room 4K. Ich weiß nicht, so 11 Minuten sind ungefähr 4 Gigabyte groß. Und, ja, ich kann's ja, also, in der Telekomleitung geht das eigentlich locker, glaub ich mal so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange jetzt hier, den jetzt brauchst du, um Hochladen. Deswegen lade... Deswegen lade ich das mal eben so. Da brauchen wir jetzt eigentlich noch... So. Ähm. Ja. Und, wie gesagt, ich bin halt... Da geht's schon los. Ich versuch einfach... Ich bleib einfach mal so chillig. So. Wenn die Medien jetzt dann kaputt machen, ne, dann rastet ich aber aus. Ähm. Toi, jetzt krieg ich Besuch von Einwohnern. Ich wollte einfach weiterbauen. Könne ich mir ja einmal in Ruhe lassen. Ich bin jetzt so viel zu verlangt. Ich mach mal Einstellungen. So, entschuldige, das war die Katze. Boah, das ist grün, Alter. Eieiei. Boah, Alter, wie geil sieht das denn aus? Alter. Boah, das ist grün. Boah, Alter. Dark blue. Oh. Das sieht doch... Boah, ist ein bisschen hell, oder? Boah, ist das hell, Leute. Was mach ich original? Boah, das war gerade mega, mega hell. So was von hell. Ne, und dann hab ich, ich hatte ja einfach, ich hatte ja bestimmt drei, ich will nicht wissen, bestimmt drei Mikrofone durch. Ganz Anfang das, äh, Rode, Ente, Heinz, A, USB. Und ja, irgendwann hab ich, ne, das war ja auch schon zwei, drei Jahre gehabt. Fängt jetzt damit an. Das kann ich mal ruhig erzählen, das kann ich ja ruhig wissen. Boah, hab ich mir gerade geschrocken. Wo ist er? Ja, ähm, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, dann hab ich einfach mal gesagt, weißt du, ich kann doch so, ich kann doch sagen, ich hol mir jetzt ein Mikrofon mit XLR, dann hab ich, das alte hab ich jetzt eigentlich verkauft, ne? Und jetzt hab ich auch ein Mischfuld, weil, sonst bin ich ja richtig laut und das wollt ihr ja So, und, ähm, ja, mein Ziel ist dann halt immer, dass man eine gute Audioqualität abliefert. Und ja, wie gesagt, momentan, die Situation zu Forrest, ich brauch Zeit, ich brauch Zeit, um Videos zu produzieren, ich brauch ehrlich mehr Zeit. Also, ich bin momentan sehr mit meiner, also, Real-Life-Freundin beschäftigt, die möchte auch bedient werden, kennt ja jeder auch. Also, ich hab mir jetzt vorgenommen, das nächste Update-Video, was ich bringen werde, wird in 4K sein. Das ist jetzt so klar. Das lade ich dann so hoch. Ne? In 4K, beste Qualität. Und, ähm, ja. Was hab ich jetzt vergessen? Ne. Und. Wie gesagt, das ist halt dann, für mich ist das halt, ich mach das halt gerne. Und, ich möchte halt das auch, äh, ich weiß ja nicht, irgendwann wird der, denk mal, 4K auch ausgereift sein. Und, ja, schauen wir einfach mal. Ja, wir werden auf die Uhr jetzt noch, 8 Minuten, 8. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch weiterbauen, aber ich weiß nicht, äh, hä? So. So. Verluste. Da hab ich noch einen Baumstamm. Oder nicht, nennt noch einer. Brauch ich dir mal kurz ein, den Baumstander. Nein. Da sind wir hinten oder was. Das sieht ihn gar nicht. Muss er denn hinlaufen? Wo ist der denn? Hä? Wo ist er denn? Ich seh den gar nicht. Wo soll der denn sein? Hallo? Wo ist der? Hm. So, ich starte in der Ende. Boah, ich werde jetzt die immer noch mal werden. 5 Minuten haben wir dann voll. Ich will nicht, dass die Videos so groß sind. Also, ja, okay, jetzt ist es mir egal. Ich hab ja, man kann ja schnell hochladen. Aber ich muss halt gucken. Ich muss es, ich will halt testweise, mach ich so 2, 3 Videos. Also als Staffel. Um zu gucken, wie die ankommen. Was ist der denn? Was ist der denn? Oh. Witten laufen sie. Okay, das ist es. So, was hat das für den Timer? Leute, ich bin vorher auch gleich nochmal hoch. Dann wird es automatisch gemacht. In der Zeit kann ich dann wieder weiter funktionieren. Ja. So, bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und danke, dass ihr immer dabei seid. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao mit V.